Mein Name ist Klaus Göttler, Dozent im Johannium in Wuppertal und Musiker. Ich finde die neue CD von Andy Weiss fantastisch. Es sind eingängige Melodien, tiefgreifende, gute Texte, oft tiefe Themen, die aber nicht so bearbeitet sind, dass man am Ende depressiv rausgeht, sondern sehr ermutigt. Mein persönlicher Anspieltipp ist der Titel Nummer 13, »Wenn ich dann gehe«, das ist ein Lied, das wirklich ganz toll über ein erfülltes Leben spricht. So wünsche ich es mir. Hört einfach mal rein. Weil ich mal gehe, weil ich von hier gehe, weil am Ende der Zeit es mir nur noch bleibt, um meinen eigenen Weg zu sehen. Will ich schon heute lachen über all die Sachen, die mich so oft ängstlich machen. Ich will mich jetzt schon trauen und mutig schauen, die ständig lauern und bewachen. Wenn ich dann eines Tages auf mein eigenes Leben seh, dann möchte ich sagen können, ich hab gelebt.